Claudia Vogt ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Claudia Vogt studierte von 1991 bis 1995 an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Für die Rolle der Märtyen-Quartett von Heiner Müller wurde sie 1995 beim Schauspiel-Schultreffen in Stuttgart mit dem Solo-Darstellerpreis ausgezeichnet. Ihr erster Gastvertrag führte sie 1995 an Staatstheater Kassel. In den Jahren 1995 bis 1998 war Claudia Vogt wiederholt am Schauspiel Leipzig engagiert. Darüber hinaus spielte sie am Theater Aachen, den westfälischen Kammerspielen Paderborn und am Jungen Theater Göttingen. Seit 2000 ist Claudia Vogt auch regelmäßig in Fernsehrollen zu sehen, darunter in Serienproduktionen wie Alpha Team, Die Lebensretter im OP und Sankt Angela. 2006 war sie in der Sattelenovela Schmetterlinge im Bauch zu sehen. Claudia Vogt hat zwei Kinder. Ausgleichen Untertitelung